Hallo zusammen, wer seid ihr? Ich bin Luca Leica. Mein Name ist Luca Leica. Und er ist meine Begleitung für Sonderkriegung. Ich spiele einen Klavier dazu. Okay, herzlich willkommen. Ich bin 26 und mein Talent ist zu singen. Ich stamme aus einer musikalischen Familie. Mein Papi macht selber auch Musik. Ich bin jetzt aktuell wieder in einer kleinen Band mit ihm. Von daher kommt das sicher von dieser Seite. Welches macht ihr jetzt? Ich habe zwei noch nicht gehört, bevor er die Tür am Lassen war. Jois, ich mache gerade das Man in the Mirror. Hast du das auch gehört? Welches singt ihr? Michael Jackson. I'm starting with the man in the air. Oh, das ist super schön. Wenn ich singe, wird sehr viel und sehr oft gebrannt. Ich weiss nicht, ob das negativ oder positiv aufzufassen ist. Ich bringe viele Emotionen in den Raum. Und das ist das, was ich immer wieder höre. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, wieso ich das so gerne mache. For the first time. Vor dem Auftritt bin ich jeweils in so einem Tunnel hinein. Ja. Sind wir ready? Ja. Meistens steigt das Adrenalin und ich kann mich selber sehr gut konzentrieren und aufladen für den Auftritt. Viel Spass, viel Glück. Danke. 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 Danke.